Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Yonder. Im Hintergrund sind tatsächlich ein paar Prozesse gelaufen mit Updates und so weiter und so fort, warum auch immer sie das getan haben. Denn normalerweise sollen sie nicht laufen, wenn eine Vollbildanwendung in Anwendung ist. Aber da hat sich alles gedacht, leck mich doch. Aber ich merke gerade, dass es immer noch ein bisschen am Rumruckeln ist. Ich hoffe, dass es sich wieder einrenkt jetzt mit der Zeit. Oh, hier kann ich noch was pflanzen. Noch neun übrig. Kann sein, dass ich hier unten noch nicht war. Kann ich hier pflanzen? Nee, das ist Stein, ne? Hier kann ich aber pflanzen. Und wer bist du? Gib mir fünf Fische und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Okay. Münzen gibt er mir dann. Aber ich hab keinen Fisch. Beziehungsweise ich will jetzt keinen Fisch geben. Ein Hammer. Für den ganzen Steinkram, den wir brauchen. Und ich geh das hier... Krieg ich eigentlich Holz, wenn ich die Fässer... Nee, Kohle. Also, je nachdem, was halt im Fass drin ist, meine ich. Ich dachte, ich krieg noch zusätzlich Holz. Oh. Wenn ich da drauf haue. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Aber anscheinend ist das nicht so. Ich will auch keinen Baum extra dafür... Nee, das ist das kaputte... Das, was ich gerade kaputt gemacht habe. Ähm, keinen Baum extra dafür jetzt abpacken. Hä? Hab ich da nicht was gepflanzt gehabt? Bin ich an dem anscheinend vorbeigerannt, ja? Hm. Und dann gehen wir das hier nochmal ab. Und dann als nächstes nehmen wir uns ein neues Ziel. Ich will halt nur... Nicht die Gegend hier irgendwie verpasst haben. Doch, hier war ich. Hier ist dieses Furzmoor. Falls euch das noch was sagt. Man hört es, dass es das Furzmoor ist. Gut. Dann gehen wir wieder, würde ich sagen. Denn dort sind wir schon gewesen. Boah, ist das hell. Das ist auch auf meinem Bildschirm gerade furchtbar hell. Weil wir der Sonne entgegen gehen. Und biegen jetzt ab. Und gehen hier unten lang. Weil ich auch noch hier gucken möchte, ob hier was zu pflanzen geht. Oder zu holen. Sollte das nicht so sein. Porten wir uns, glaube ich, nachdem ich an der Nase gekratzt habe, zum Sunderhof. und gucken noch mal, was sich hier so befindet. So. Welcher Hof war denn das? Die Düsternis ist jetzt weg, genau. Hier war doch, hier ist noch einer. Das können wir dann eigentlich machen, wenn ich mich hier irgendwie zum Südfeldhof, hieß der nicht Sunder? Doch, Sunderwind. Ich glaube, Südfeldhof ist der mit dem Holz. Deswegen würde ich mich, glaube ich, erst mal zu dem Porten, wo wir wollen. Und dort ganz viel Holz mir besorgen. Wo hat er mir gerade angezeigt, dass der Hof nicht gut produziert? Hier unten? Nee. Hier? Geht doch noch gar nicht. Ha. Hier, Springmoor. Wo habe ich denn hier einen Hof? Der? Der Sunderwindhof. Ja, weil noch Düsternis dort unten zum Beispiel ist. Und ich habe anscheinend keinen Geist gefunden oder dort gibt es keinen Geist. Obwohl, in der Düsternis ist vielleicht einer. Weiß nicht. Finden wir auf jeden Fall heraus. Ich würde jetzt gern zum Südfeldhof reisen. Ach nein, das habe ich ja hier im Inventar. Den Portstein. Das ist doch der, ne? Äh, Südfeldhof, genau. Und dann schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall der mit Früchten. Und dort vorne stehen noch Bäume. Also das sieht gut aus. Da werde ich auch dann gleich mal ein bisschen was ablegen von dem Zeug, was wir nicht mehr brauchen. Aber erst mal, hups. Hier hin und das Holz mitnehmen. Und mit den Beeren konnte man und mit den Kartoffeln auch recht viel kaufen. Hier ist das Ton. Steht das irgendwo? Ne, ne? Ähm, ich werde auch mal die Früchte mitnehmen, um da mitzubezahlen. Und den Rest lasse ich da mal kurz drin liegen. Ich könnte da theoretisch was pflanzen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, was habe ich denn noch im Inventar? Was sind das? Nein, hier wollte ich hin. Äh, Rotbeeren-Samen. Theoretisch kann ich die ja hier rein. Was war das? Theoretisch kann ich die da ja pflanzen. Sieht fast aus, als hätte ich versucht zu sortieren, so ein bisschen. Ähm. Das sind Kartoffelsamen, ne? Die haue ich auch mal hier rein. Das sind irgendwelche anderen und das sind auch solche. Aber ich habe hier gerade nichts frei, würde ich behaupten. Deswegen lassen wir das erst mal so. Äh, ich wollte hier zu dieser Kiste. Um zu gucken, ob ich vielleicht was ablegen kann. Das ist mein Lager, das ist mein Rucksack. Okay. Ähm. Ich habe ja noch einiges frei. Ich werde mal, äh, wie viel Holz verschieben. Ich verschiebe mal alles. Und da habe ich eine Nachricht gerade bekommen. Ähm. Ja, den Rest würde ich, glaube ich, erst mal behalten wollen. Auch hier die Kartoffeln zum Bezahlen und so. Ich brauche noch Ton. An irgendwo hatte ich ein Tier, was mir Ton geliefert hat. Kräutersamen, die kann ich ablegen. Habe ich auch noch recht viel Holz, aber das konnte man Holz zu Stock machen. Also in meinem Kopf und in der Theorie kann man das. Aber kann man es wirklich? Und eigentlich kann ich die Segelhose und das Segeloberteil auch ablegen. Genauso wie die Farbe erst mal. Ähm. Und den Rucksack. Nehmen wir erst mal noch mit. Auch wenn er Platz einnimmt. Öh. Leim. Ja. Liebe Leute. Wo war jetzt der Hof? Habe ich noch Beeren? Die ich aber eh nicht pflanzen kann. Kann ich ja so theoretisch auch ablegen. Warum habe ich denn die gerade nicht gesehen? Rucksack. Ach hier. Ja. Genau. Legt die alle mal ab. Äh. Die geheimnisvollen Samen nehmen wir mit. Davon haben wir auch gar nicht mehr so viel. Habe ich im Lager noch was davon? Aloriasamen. Wiesenglockensamen. Konnte ich die auch pflanzen, wild in der Welt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich könnte theoretisch noch ein Gartenbeet machen und noch mehr anpflanzen. Beziehungsweise das und noch mal ein paar Bäume hinsetzen. Das ist Holz, ne? Stock habe ich hier nicht. Aber ich habe Ton im Lager. Äh. Ja. Ich möchte den ganzen Ton mitnehmen. Der noch da ist. Lederstoff. Ich gucke gerade bloß noch mal durch, weil es... Oh, das können wir auch gebrauchen. Das nehmen wir auch mit. Ist da was? Ich gucke von oben. Das sind alles Klamotten. Die brauchen wir erstmal nicht. Die lassen wir da. Die Samen lassen wir auch da. Schaut mal hier. Stock. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Auch den Mörtel nehmen wir mit. Ähm. Das werde ich auch gleich alles mal verkraften, denke ich. Das kann ich verkraften. Haha. Äh. Kochset. Damit wir so schnell wie möglich den Steinkram gebacken kriegen. Steine oder so haben wir aber hier gerade nicht am Start. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Dünger. Okay. Dann gehen wir mal kurz in uns. Crafting-technisch. Äh. Hier. Und produzieren ein paar Konstrukteurssachen. Wir haben recht wenig Steine. Müssen wir also eigentlich echt auf die Jagd gehen. Wir haben gesagt, wir brauchen zwölf Bögen. Wir haben nirgendwo die Anzahl, wie viel wir jetzt schon haben, ne? Scheitel-Steine. Und Kopfstein. Und dann haben wir gar keinen Stein mehr. Noch einen Scheitelstein. Und kann man noch einen Mörtel machen irgendwie? Ne, ne? Doch, hier. Mörtel. Mörtel. Aus Futter und Ton. So. Dann haben wir jetzt sechs davon und zu wenig Säulen. Was brauchte denn die Säule noch? Ich brauche auch nur noch normalen Stein. Also können wir damit eigentlich unterwegs sein. Wir gucken nochmal. Entschuldigung. In unseren Rucksack. Aber wir haben einen Rucksackplatz. Das müsste also alles so klappen, wie ich mir das denke. Genau. Wollen wir jetzt zum Glanzhof gehen? Beziehungsweise. Ich glaube, wir sind schneller gelaufen, wenn wir das jetzt hier machen. Deswegen würde ich diesen Pfad setzen. Und mir den Hammer schnappen. Und ich würde sagen, wir gehen dorthin und auf dem Weg. Ein Gewitter. Überfällt uns. Und auf dem Weg dorthin, wollte ich eigentlich sagen. Hier ist noch Cerium. Sammeln wir Stein ein. Und dann ist der Weg ja auch eigentlich nicht mehr so weit. Was ist hier? Ein Blitz ist da. Aber hier so ein Fahrstuhl-Ding und so, ne? Gut, gut. Dann gehen wir mal weiter. Und einfach relativ straight den Weg. Mal gucken, ob wir das so durchziehen können. Ich nehme mit, was mir über den Weg läuft. Denn vielleicht brauchen wir später auch noch ein bisschen mehr Leim. Und dann können wir ja den Wolkenfänger reparieren. Obwohl ich eigentlich viel lieber erst mal die Steinbrücken fertig hätte. Aber vielleicht finden wir auf der Insel dann auch noch ein bisschen mehr steiniges Material. Und wer weiß, was wir bekommen, wenn wir die nächste Düsternis wegmachen. Huch. Ich muss hier außenrum anscheinend. Das war gerade so komisch beleuchtet, dass ich dachte, ich kann da langlaufen. Dann müssen wir hier um das Gebirgsding rundherum und finden noch Stein. Hat doch alles seine Vorteile. Vielleicht finden wir auch noch eine Stelle zum Pflanzen. Obwohl wir gar nicht mehr so viele Samen haben. Theoretisch müsste ich... Ich sah gerade so aus. Theoretisch müsste ich auch noch nebenbei recht viel Sicheln. Aber das mache ich jetzt mal nicht zum Stock. Oh. Muss ich da hoch? Das sind jetzt auch nicht gerade die besten Sichtbedingungen. Da ist zumindest nichts. Um jetzt hier gerade zu wissen, wo ich hin muss. Aber ich glaube, wir sind noch relativ richtig. Ja. Da ist Düsternis. Und wir nehmen das hier mit. Und kloppen diesem Steinfeuer noch zu Brei. Und da ist auch was drin, eine Quest oder so. Jep. Weg damit. So, erstmal das. Ah, das ist noch eine Steinbrücke, oder? Planke und Zwirn. Na toll. Ein sonderbarer Platz. Planke und Zwirn. Planken waren diese Typen... Ah, wo waren die denn? Ah, wo waren die denn? Goldsees, ist es nicht. Händler, Springmoor, Wimbledwick. Waren das die Wimbledwickler? Bastlerheim, das war es nicht. Sindaton. Die ganz hier hinten waren es nicht, ne? Ich gucke bloß gerade nochmal durch. Ich würde sagen, wir lassen uns zu dem Hof porten und könnten dann hierhin mal gucken. Ich glaube aber, Goldsee, das war nicht hier im Goldsee. Goldsee war Fischvermont war es auch nicht. War es Springmoor? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir können ja auch mal nach Springmoor laufen. Ist ja jetzt auch nicht so weit. Und dann gucken wir, ob das die waren. Und vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein bisschen Stein. Da ist ja auch noch das im Wasser, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich machen muss, um an das Ding ranzukommen. Da bin ich in den letzten Folgen auch mehrmals dran gescheitert. Weil ich dachte, ich muss hier irgendwie die Quelle versiegen lassen, irgendwas kaputt machen, damit das Wasser nicht mehr nachläuft, weil es ja hier so offensichtlich rausplätschert. Und dann im Endeffekt, doch das könnten dort oben die Holzmenschen sein, ne? Und dann im Endeffekt die Quelle versiegt. Aber ich habe nichts gefunden. Du warst einer von den Typen, ne? Ja genau, der Seemann. Jetzt muss ich aber hoch. Hier ist noch ein Steinchen, den wollen wir auch mitnehmen. Konnte man das nicht einsaugen? Ich bin, glaube ich, zu verwöhnt von anderen Spielen. Hier hoch komme ich nicht. Was ich aus meiner Faulheit daraus cool finden würde, wäre auch, wenn sie automatisch die Waffen wechselt. Also wenn ich jetzt den Stein sehe und dorthin gehe, dann nimmt sie halt automatisch den Hammer und wechselt da hinein. Oder das Gras, das sie automatisch sichelt und sowas alles. Ist Faulheit. Würde mich trotzdem freuen. Hier wart ihr, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wo ich Zwirn herbekommen habe. Das muss ich bestimmt... Craften aus irgendwas. Gucken wir gleich. Genau, ihr wart die Plankenmenschen. Ich gucke erst mal, du warst Herstellen, ne? Zehn Holz. Ach, 20 Planken kosten 200 Holz. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Dann gehe ich lieber zu dir. Und kaufe all deine Planken. Die meinetwegen auch noch Wasser, was soll's. Und auch noch deine Kohle. Und du willst das haben dafür. Da gebe ich dir... Das sind drei Bären, ne? Wie ging das? Ah, jetzt so, genau. Und dann 150. Dann ist das jetzt mein Trinkgeld. Annehmen. So. Dann muss ich mir mein Auge reiben. Ähm, ach so, hier steht ja die Quest schon. Ach nee, steht sie doch nicht. Dann gehen wir mal kurz ins Questlog und markieren die... Ah, hier die Holzbrücke. So. Und dann sehen wir auch, dass wir noch drei Zwirn brauchen. Ich glaube, dass man Zwirn craften konnte. Hier ist er doch. Zwirn. Nehmen wir lieber hier. Ah, 16 brauchen wir. Aber ich hab immer noch was im Auge. Mega ne, ne, nervig. Es geht nicht weg. Moment. Okay, ich glaube, es geht jetzt weg. Ähm. Ich mach auch mal ein bisschen von hier, weil so viel Gras. Aber wir haben eigentlich... Ich hab jetzt wieder nicht mitgezählt. Zwei Stück brauchen wir noch. Eins. Zwei. So, theoretisch können wir jetzt die Brücke bauen gehen. Äh. Und das tun wir jetzt auch, würde ich sagen. Ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Da können wir auch in der Zeit diesen Stein hier wieder mitnehmen. Und haben dann gleichzeitig für unsere Steinbrücken noch ein bisschen was. Huch. Na, ist ja egal. Oh, mein Handy sagt mir recht deutlich, dass ich aufhören soll zu spielen. Aber ich würde sagen, wir gehen... Jetzt hab ich grad die Map gesucht, auf meinem Handy. Von dem Spiel. Ach, hier. Ich würde sagen, wir gehen wenigstens noch ein bisschen in die Richtung. Dann können wir dann danach abbrechen. Und dann wissen wir dann, was Geheimnisvolles auf der anderen Seite dieses Brückendings ist in der nächsten Episode. Oder gleich einen Cliffhanger. So. Und da sind wir auch schon angekommen, liebe Leute. Deswegen würde ich sagen, ich bleibe einfach mal hier vorne stehen. An der Brücke zum Bauen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wenn es heißt, let's play Yonder. Bis dann. Tschüüü.